Musik Verschreibe den Kurs mit einem Adjektiv. Experimentier freudig! Musik Verschreibe den Kurs mit einem Kurs mit einem Kurs mit einem Kurs mit einem Kurs. Musik Musik Hat dich heute etwas oder jemand sehr überrascht? Und was hat dir heute am meisten Spaß gemacht? Also ich konnte mir am Anfang gar nicht viel unter dem Thema vorstellen und da bin ich sehr unvoreingenommen hereingekommen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass es doch so locker und entspannt ist, dass wir viel mit Musik gemacht haben, dass wir am Anfang getanzt haben zur Erwärmung. Es hat mir gut gefallen. Und was hat mich überrascht? Ja, doch die Vielfalt, dass es doch so extrem viele Elemente und Übungen gibt und dass man da immer wieder etwas Neues hervorbringen konnte. Das war sehr überraschend und auch sehr spannend und hat Spaß gemacht. Musik 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 Was war heute besonders herausfordernd? Der Flieger auf jeden Fall. Weil wenn man den Flieger mit jemandem macht, der ihn noch nicht gemacht hat, dann ist es auf jeden Fall herausfordernd da unten das Gleichgewicht zu halten und so weiter. Konntest du heute kreativ und mutig sein? Also kreativ auf jeden Fall. Ich fand am besten diese Kontakt-Impro. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, da kamen so Sachen raus, woran man am Anfang noch gar nicht gedacht hat. Und mutig auf jeden Fall auch. Gerade bei den akrobatischen Sachen. Aber es war alles im Kram. Musik 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 Beschreibe den Kurs mit zwei Adjektiven. Musik 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 Musik